Hallihallo und herzlich willkommen zu einem anderen Video. Ich verlose Gems, Gems, Gems für Smite. Ist das nicht toll, Riku? Ja, vor allem, weil es meine sind. Ja, Riku hat sie gewonnen. Wir haben, den Stream werde ich auch in der Videobeschreibung verlinken, auf www.twitch.tv-smitegame.de, den offiziellen deutschen Smite-Stream, den ihr euch alle angucken könnt und wollt und müsst. Ne, müsst ihr gar nicht. Aber solltet ihr. 400 Gems gewonnen, die wir nicht brauchen und verlosen. Was müsst ihr tun, Riku? Riku, was müssen sie tun? Weiß ich nicht. Also abonnieren müsst ihr nicht, das finde ich coole Viertelficker-Kacke. Aber Regel Nummer 1, ihr müsst nicht abonnieren. Nicht abonnieren. Runea ist übrigens auch hier gerade in der Aufnahme, die sagt nur nichts. Ne, was soll ich noch sagen? Also Alex hier, ne? Ich würde einfach sagen, ihr schreibt einen Kommentar und dann mache ich irgendwann mal eure Kommentare auf und macht dann der Zufallsgenerator eine Zahl zwischen 1 und der Kommentaranzahl und... Die müssen doch irgendwas dafür tun. Ja, einen Kommentar schreiben, das reicht doch. Die müssen Witze einen Kommentar schreiben. Das ist mal ein verzweifelter Versuch, Kommentare zu kriegen. Ich bin dafür, dass die einen witzigen Kommentar schreiben müssen. Wir müssen einen Witz... Und wer bewertet, wie witzig die sind? Na du. Achso. Okay. Also schreibt einen witzigen Kommentar. Sagt euren Freunden Bescheid. Die dürfen auch einen witzigen Kommentar schreiben, ohne zu abonnieren. Denn, ne? Das ist doof. Und dann, nachdem ihr den Kommentar geschrieben habt, mache ich irgendwann eine Auflösung. Und... Bis dahin geht ihr einfach die ganze Zeit auf twitch.tv-smitegame.de Werbung Ende. Sonst noch irgendwas zu sagen, was wir sagen könnten? Ladet euch Smite runter und spielt es. Ja, es macht Spaß. Und jetzt lecker Gems. 400. Habe ich schon gesagt, dass es 400 sind? Das sind 400, die ihr gewinnen könnt. Lecker Gems. Auch viel Glück allen Teilnehmern. Wer lustig ist, kommt in die Lustrommel. Wer doof ist, nicht? Vielleicht sollte man so nebenbei noch erwähnen, dass niemand den benutzen kann, der den schon eingelöst hat. Richtig. Wer schon mal einen 400-Gem-Code irgendwo gewonnen hat, kann den nicht mehr benutzen. Aber er kann theoretisch trotzdem gewinnen. Er kann ihn trotzdem gewinnen und dann nochmal auf YouTube verlosen. Oder ihm einfach einsam einer Freundin geben. Nein. Doch, natürlich. Also das war es dann mit jedem Video. Ich habe alles gesagt und jetzt ziehen wir es nur noch in die Länge. Oh, dann schreibt irgendwas Witziges. Bis dahin. Ciao. Wollt ihr nicht auch Tschüss sagen? Kommentare incoming. Da hat Let's René jetzt Tschüss gesagt. Gibt es auch auf YouTube. Und Rico macht auch irgendwas mit YouTube. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Und ich sehe dir auf Namada. Da. Da.